Der geht rüber. Oh mein Gott, wunderschön, Junge! Oh mein Gott. Nice. Was ist denn mit dir nicht okay? Ich weiß auch nicht. Ich hab ver-aimt, sorry. Hex! Hier ist was? Da ist noch einer. Merkt das schon? Shit. Ich muss hier weg, von links kann auch was kommen. Ja. Was war das denn? Ein Problem. Zieh mich mal zurück kurz. Ist hier irgendwas? Wo? Wo gepinkt ist? Da. Nein, da. Ich guck die ganze Zeit dahinten, aber da war nichts. Wir haben die Camps gehackt. Ja. Einer ist um meine Falle gelaufen. Im Südwesten. Dahinten. Natürlich. Noch einer reingelaufen. Nice. Ich hab ihn sogar gehört. Ganz schon unprofessionell, dass die ihre Handys haben. Wuh! Baby! Hier. Wird gebanert. Wo war das? Ganz hinten, wenn du von Treppe aus gerade aus guckst. Ah ja. Ja, ja. Ich weiß wo. Die ist Half-Life. Ja. Ja. Rechts. Rechts. Warte, warte. Rechts, Paul. Ja, ich muss. Ich weiß. Der kommt doch nicht rein. Der ist hier am Eck. Wir schießen rum. Hab ihn. Digga, wie lange brauchst du? Schön. Selbe Posi. Ah, hab ich nicht. Ja, jetzt hab ich ihn. Nein. Nein. Wunderbar. Wunderbar. War ganz nein. Ganz nein. Ich bin gespielt. Ah, mein Sparzeitrum setzt aus. Soll ich mal flashen und so rein? Warte mal. Hier. Hinterm Bett. Hinterm Bett ist einer. Flaschen mal rein. Ja, warte. Ich hab zwei Flashes. Ich flasche rein und dann... Oh, Alter. Uh. Der ist direkt links. Pass auf. Hab ich. Rechts ist auch noch einer. Ich guck an. Ne, das war Vigil. Ganz rechts in der Ecke. Direkt um die Ecke. Ich krieg ihn da nicht. Am liegen. Hab ich. Boah. Ecke-Drohne hat mich. Boah, shit. Ihr müsst euch ein bisschen beeilen. Was? Eine hinten im Eck. Scheiße. Conny. Verboten. Verboten nehme ich ab. Ich bin gedauert. Und rechts, rechts, rechts. Und links bei dir, Conny. Nein, er hat mich. Er hat mich. Ich hab ihn. Nein. Bleib hier, du. Er krabbelt, glaub ich, raus. Nein, nicht T-Bing. Oh. Nein, nein. Danke. Schön. Alter. Ey, die spielen richtig aggressiv. Ich bin tot. Montagne in Trophy und Thatcher. Trophy. Ich seh's. Komm, Hilfe. Komm, Hilfe. Komm, komm, komm. Einer, einer. Einer, einer. Ne, keiner in Trophy. Ja, war klar. Er erstaunt. Ha. Nice. Da sind zwei Trophy, ne? Da war noch jemand. Ja. Unfall nicht hier. Praktikwindel, Achtung. Ich hör ihn gerade. Hier ist er bei mir. Ja, da. Schön. Schön, dass du das spielst. Achtung, pass auf Center auf. Da ist ein Gummide mit dem Fenster. Ja. Lol. Noch eine. Ja. Oh Mann, ist das spannend, Alter. Wo war der? Von rechts. Einfach geschossen. Aber es sind zwei Kasselwände. Einfach chillen. Es ist noch einer. Ja. Ich wurde gerade gespottet. Hast du noch eine Division? Ja, ja. Ich hätt die da rechts in den Flur geschossen. Ne, ne, ne. Da ist schon eine. Ist irgendwo ne Camp. Ist glaub ich down, oder? Nein. Ich weiß wo. Hab sie. Von oben. Von oben drauf. Ja, ich wurde wieder gespottet. Einfach kommen lassen. Ja, ja, klar. Komm her du, komm her. Ist hier oben. Jetzt droppt sie von der rechten Seite. Schön. Nice. Nice one. Schön. Schön, nice. Richtig gut. Gut, dass ich oben rausgesprungen bin, in den Trophy-Rome reingelaufen bin. Jetzt aber noch immer gleich spielen, ne? Ja, 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 ja. Ja. Der schießt auf die Ash. Aber er sieht mich nicht. Schön. Ja, nice. Marvin. Ja, ich bin schon klaut. Den Mate. Huh. Was willst du denn? Hast du aus dem Dorn, oder? Ja. Ich meine, ich hasse das. Ich weiß Echo Drohne. Okay, hier. Hier auf A. Ja. Genau hier um die Ecke. Der ist jetzt. Der ist jetzt rechts in der Ecke. Der ist genau da. Der geht drüber. Oh mein Gott, wunderschön, Junge. Der Kapkan ist noch da. Ja. Echo hat seine Drohne in deiner Nähe. Ich seh's, ich seh's. Ich guck an. Ich krieg die Drohne nicht. Warte. Pass auf, hinter der ist offen, ne? Auch wenn ich den gekillt hab. Aber trotzdem. Oh, Moment. Ja, wo ist der dritte? Es sind drei. Achso. Echo und Kapkan sind drin. Ah, hier, hier ist Kapkan. Ja. Der wollte uns Spawn killen. Hab sie, hab sie, hab sie. Das war die, die Dings. Achtung, warte. Ist das so ne Idee. Oh nein. Wo ist denn der Kapkan hingeladen? Der ist hier. Ja gut, die sind beide drin. Der ist genau hier. Echo sindhört. Das heißt noch einer aktiv. Ja. Hab ihn. Hab ihn. Jawoll. Schön zusammen zugeschlagen. Nice. Der geilsten Map zum Spiele. Ja, ich find die auch sehr gut. Die ist einfach... Load aufgegeben. Surrender. Schade. Favela ist geiler. Ja. Hashtag Favela ist geiler. Richtig gut. Ja, nice. Victory by Thriller. Also, ich finde, ich finde ja auch, dass Tower eine Hommage wirklich an Favela und an Yacht ist. Mhm. Wenn ihr mal so genau hinguckt, ne? So. Richtig gut. Hat viel, viel von den Elementen von Favela und Yacht, die nicht mehr im Spiel sind. Ja. Krass. Ja. Deswegen liebe ich die Map auch so. Ja, nice. Hallo Platin. Hey. Nice. Richtig gut. Oh, schön. Richtig gut. So, schön.